So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play To The Moon. Das letzte Mal hatten wir es endlich geschafft, in die Kindheitserinnerung von unserem kleinen Johnny-Johnny reinzugehen und mussten fatale Wahrheiten feststellen, wie einmal auch, dass er einen jüngeren Zwillingsbruder hatte, der überfahren worden wurde und dass er mit seinem Bruder damals die Nachbarn gefoppt hat. Yay! Ja, und wie jemals Toki hier dabei und wir sind gerade auf einem Jahrmarkt und das geht halt viel, viel weiter der Kindheit zurück. Und wir müssen uns jetzt hier halt umsehen, da geht ein Fall nach draußen. Nein, ich will mich jetzt umsehen. Was ist das da? Nichts, eine Vogelscheuche. Hey! Früchte, frische Früchte! Äpfel, Orangen, Tomaten! Ludogra würde sich darüber freuen. Wir haben alles! Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Äh, doch, sie sind sie. Was? Was? Nein! Sie sind die Ovarinen der Pflanzen und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Früchte. Aber es ist, das ist ein Gemüse, keine Früchte! Ich bitte dich, Tomaten! Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte! Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr, sehr ernst! No! Was sagst du? Früchte, 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 Früchte... Achso, Früchte, Früchte, Früchte... Hey, da sind die Kinders! Aber ich will hier noch ein paar pöbeln. Hey, hey! Delete! 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 Hier? Willkommen! Ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt! Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht! Funktioniert das überhaupt? Natürlich nicht! Das sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Müllrad angeklebt! Wow! Ist mir total egal! I don't care! Aha! Wir müssen wieder Mementos sammeln! Oh Gott! Wie lange war das jetzt hier, ne? Ja! Okay, let's see! Das sieht echt aus wie so Möhreien, die in den Stühlen zusammengeklebt worden sind! Was haben wir noch? Kind! Kinder! So, was haben wir hier? Eine kleine Baby vorgescheuert? Äh... Hier grinnen ein paar Leute... Oh mein Gott, das Würstchen! Ich hab Hunger! I need food! Egal! Egal, ich habe die Kinder ja natürlich da vorhin hinten gesehen. Und wir reden jetzt mit denen. Denn ich glaube, es war alles, was wir gerade sehen konnten. Aber ich will dieses blöde Ding nicht! Ich will den Zug! Wir haben nur... Achso. Wir haben nur noch einen Zug. Äh... Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären austauschen? Nein! Ich will dieses Zug! Achso, die Moraline. Na komm schon, mach keine Szene. Johnny hat ihn zuerst gewonnen. Fair und gerecht. Oder hat er nicht? Aber ich habe auch gewonnen! Nur weil er vor mir dran war! Das ist Logik. Ist schon okay, du darfst auch damit spielen! Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Fick dich! So, der Gedanke hier gerade. Okay, Hefeklöße. Blockiert mal nicht den ganzen Stand. Ich blockiere gerade den ganzen Stand, weil ich es will. D'ohr! Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos! Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. D'ohr! Du blöfst doch nur... Ich blöffe nicht. Hefeklos! Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf! Du nimmst einen Gummihammer und klopst... äh, klopst ihn auf einen Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das ist kein... Das sind keine echten Maulwürfel, Dummerchen! So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. So true! Wie primitiv! Ja, ganz schön ghetto! Wo hast du... Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Oh. Ja, äh, achso, der Typ. Äh, wollen sie ein Spielchen wagen? Einfach nur alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen! Ja! 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 Oh, nein! Los geht's! Tastatur-Maus benutzen! Alter! Ich spiele jetzt! Hau! Klopp den Maulwurf! Alter! Ich spiele jetzt! Klopp den Maulwurf! Huah, huah! Huah, huah, huah! Huah, huah, huah! Huah, huah! Oh, scheiße! So viel dazu. Das sehen aus wie so kleine Würstchen. Huah, huah, huah! Mit so einem richtigen Derp-Face. Yeay! So. Und das, das, meine Damen und Herren, ist besser als First-Person-Shooter. Huah, huah! Lasst euch das in der Lehre sein. Huah, huah! Ich hab voll viel Spaß dran. Ja, man, ja. Die Zeit ist um! Dann wollen wir mal sehen! Ich komm mir so grob vor. Bei 45 Gesicht-Zielen hast du 46 Mal zugeschlagen und dann bei 44 Mal getroffen. Das ergibt 97% Trefferquote. Das ist ein Rekord für dich! Hey, das gab's sogar in Memento! Yeay! Es war Pflicht, das Spiel zu spielen. Nicht wahr, ihr Hefe-Klöße? Oh! Ha, okay. Ähm, schauen wir doch mal an, was die jetzt von uns wollen. Ah, ja! Das Schicksal hält wundervolle Fügung für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem ein Arzt! Was? Phoenix Wright, where are you? Oh, Gott! Also, äh, stimmt. Oh, so, das war von dir. Kommt jetzt, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey! Wo ist mein Trink, ey? Keine Chance, ich rede nicht mit dir. Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Nein! Nein! Ach, Watts verweigert echt alles, ne? Komm schon, wo seid ihr jetzt? Kinders! Kinders! Wo sind die Kinder jetzt? Die sind doch nach rechts gegangen! Äh, wo sind sie? Ich geh mal mal die Brücke darunter. Oh, noch mehr Sachen. Die Kinder hier am Tisch, am Essen. Mal schauen, ob wir vielleicht noch mit ein paar Passanten reden können. Oh! Ich hab mir Mento für den Chor gefunden. Yeah! Ich bin jetzt mitten im Chor. Oh, Gott! Ja, ich sollte auch für so dumm sein. Okay, was haben wir hier eigentlich noch zu erkunden? Oh, Gott! Wenn ich den Ofen schon seh... Oh, mein Gott! Heavy Briefing! So! Ach ja! Pony reiten auf dem All! Da war ja was! Nein, Pony reiten lau im All oder sowas! I don't know! Für lau im All! Ich weiß nicht! Ich kann mich nicht mal an Watts Zitat erinnern! So lange war das doch nicht her! Und ich finde keine Passantis! Also muss ich wieder mit euch reden. Egal, uns wird nur noch ein Memento. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig! Sauer und super! Das sind sie! Probier doch mal! Nee, ich mag ja noch nicht einmal normale Oliven. Eingelegte Oliven! Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau! Nö! Ich bin fertig, Mom! Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Yay! Okay. Gib mir die Tasche, ich passe für dich darauf auf. Nein, das ist meins! Ich habe es gewonnen! Bitch. Eingelegte Oliven! Ich will die Notizen lesen. Jonny's Lieblingsspeise. Ach so. Jonny? War das nicht Joey? Vielleicht ist da Sarkasmus erwähnt worden. Ja, ich glaube, das soll der Sarkasmus sein. Okay. Glaube ich mal. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Watson einen Kommentar über diese Oliven noch wieder raushauen würde. Er hat es doch selbst welche gefressen. Ja, schön. So. Ich gehe jetzt rein. Er spielt hier mit seinem Pferdchen. Und wir laufen plötzlich langsam. Und diese Kinder laufen schon wieder so durch die Gegend. Hört auf, wie zum Aufhören! So, was macht das Kind hier? Hm. Ich gehe überall durch die Gegend. La, 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 la. Wohin zum Teufel geht dieses Kind denn jetzt schon wieder? Ach so! Ich dachte, es kommt eine Katz hin. Muss laufen. Höh. Kind. What the hell are you doing? Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Ist so, ne? Nee. Wo zum Teufel gehst du hin? Oh mein Gott. Ein Kappel muss in Ruhe lassen. Okay. Kindy. Wo zum Teufel gehst du hin? Äh. Äh. Hör auf, mich zu überfordern, Kind! Ich weiß, dass du Johnny heißt, aber trotzdem Kind. Please. Woa! Wo zum Teufel geht's? Äh. Oh! Warum habe ich das Gefühl, dieser Ort kommt mir vertraut vor? Der Yamak war also da. Wow! Oh mein Gott. Ah, ich bin schon. Diese Vögel. Äh. Ja, das sind alles Vögel. Da. Okay. Er setzt sich hin. Oh. Er hat seine Tasche hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das der Hauptschlüssel ist. Zumindest für diesen Abschnitt. Na ja, okay. Er hat den Weg verlassen. Und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudeltiger angefahren werden können. Ja. Angefallen, meine ich. Äh. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Rede. Das war auch nur meine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sterngucken mitgenommen. Oh. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel. Jedes Jahr. Wir schauten die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Oh mein Gott, so süß. Und ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Oh. Naja, soviel dazu. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagt Opa ihr jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und verstecken das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte, die ich in den Ko... Die, äh, die, die, äh... Wie ich in den Koffeinsucht abgedriftet bin. Oh. Hm. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. Was passiert jetzt? Hey, diese schöne Erinnerung. Verloren und niemals wiedergerufen. No. Und wer weiß, wie viel mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Hm. Heilige Scheiße! Habe ich... Habe ich dir doch gesagt, dass ich... Äh... Dass die Tigerrudel herumstreuen. Echt? 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 Äh... Ja? Mini-River! Mini-River! Was? Die kannten sich schon... Oh mein Gott. Plot Twist! Plot Twist! Hallo! Warte, bleib hier! Don't reject me! Ich bin Johnny und wie heißt du? Kinder sind so naiv, dass es so süß! Ja! Du bist an meinem Platz! Dein Platz? Oh! Entschuldige! Ich wollte mich hier nicht ganz allein... Ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten! Äh... Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Der hat nicht Ja gesagt! Ah! Sweet! Dass er das unterdrückt hat... Schon so ne Sache, ne? Ja... Ah! 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 Ich find das so süß! Ja... Äh... Wer sagt das? Schau nur! Keine Ahnung, ich sag es mal! Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja! Oh! Äh... Ich wusste es auch! Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jörners! Kein Feld von Menschenmengen? Bin ich auch nicht! Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt! Ich sag ihn dir auch nicht! Getrekt! In der Schule machen sich alle drüber lustig! Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie in den... Wow! Das ist so bitter! Oh nein! Poor River! Der Name ist eigentlich falsche? Ja! Oh! Okay, dann nicht! Tja! Kann auch nicht schlimmer sein als... Kann auch nicht schlimmer als John sein! Ich meine, immer auf der Welt heißt fast jeder John! Auch in Indien? Würde mich nicht wundern! Was ist verkehrt daran? Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Hm... Es ist langweilig, schätze ich! Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist dann der Sinn? Ich hätte nichts dagegen! Hi Steve! Das hat mich irgendwie an diese Sache erinnert, sorry! Ausnahmsweise mal, den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben! Das ist wie mit diesem Licht in der Mimmel! Von hier unten sehen wir alle gleich aus! Aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön! Hm... Keine Sorge! Ach, das denkt er sich doch nur aus! Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal! Sie denken sich Sachen aus! Der Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus... Äh... Kängurus gibt es! Sowas halt! Ich liebe diese Naivität der Kinder! Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja! Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen! Ich zeig dir gleich einen Hasen! Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten! Mal sehen, wer zuerst eins hat! Lass mal mitmachen! Ich... erkenne nichts! Okay, von drei! Drei... Zwei... Eins... Und... Ich sehe es! Fuck! Äh... Wo? Im Himmel! Wow! Wo genau im Himmel? Den... den großen Zusammenhängen... Äh... Häu... 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 Moment mal! Moment mal! Ich sehe es! Sag mir, was du siehst! Da drüben, stimmt's? Da sind die zwei Löffel und der Knopf! Hä? Hä? Und weiter? Und da! Da sind beide... Und da sind beide Füße! Ja, was noch? Ich sehe nichts! Hä? Und... Und der Mond! Der Mond ist ein... ist ein großer, runder Bauch! Hä? Oh! Jetzt habe ich es erkannt! Oh... Sweet! Hätte ich wirklich nicht erkannt! Ernsthaft! Also... Was glaubst du? Sind sie wirklich? Die Sterne meine ich! Ich... 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 Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber... Ich habe immer gedacht, dass sie... Leuchttürme sind! Das erklärt einige Zusammenhänge! Ja... Die Mondsache... Dass sie in einem Leuchtturm wohnen... Oder in der Nähe wohnen! Milliarden von Leuchttürmen! Die festsitzen um andere... Um an anderem Ende des Himmels! Wow! Muss ganz schön was los sein da oben! Ist aber nicht so! Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden! Aber das können sie nicht! Denn sie sind alle viel zu weit untereinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen! Sie können nichts tun, außer... aus der Ferne ihr Licht zu senden! Also tun sie das! Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen! Und zu mir! Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde! Erklärt vielleicht der Wunsch zu dem Mond? In der Tasche! Was ist da drin? Oh! Der Preis, den ich beim Klopp den Mauer auf gewonnen habe! Hey! Ich habe auch gewonnen und nichts gekriegt! Nur ein Memento! Hast du das schon mal gespielt? Ich habe das versucht! Aber ich bin so ungeschickt! Was hast du gekriegt? Es ist ein... Ding! Ich kann dir wirklich nicht sagen, was ist es... Ich habe eine Vorahnung! Ich habe es so... Ich wusste es! Der Schnabeltier! Ich wusste es! So eine Art Entenbibertier! Darf ich mal sehen? Ja! Sieht so seltsam aus! Ich wünschte ich könnte so eins gewinnen! Und dann... Johnny! Scheiße! Mom ruft mich! Hier! Ja! Weißt du was? Behalt es! Es gehört jetzt dir! Mir? Ja! Ich kann jederzeit noch eins gewinnen! Ich will ja nichts angeben! Aber ich bin einfach die Nummer eins in diesem Spiel! Scheiße! Bist du nächstes Jahr wieder hier? Jep! Du auch? Ja! Selber Ort? Selber Zeit? Ja! Hui! Und wenn du sagst? Oder wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen! Oh! Genau! Auf dem Bauch des Hasens! Hasen! Johnny! Come! Oh! Mein Hackiesack ist auch noch in der Tasche! Du sagtest du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es damit! Oh mein Gott! Die Zusammenhänge bilden sich langsam zusammen! Mit diesen unterdrückten Erinnerungen! Oh! Und einfach die Tatsache, dass er, was die Sachen danach passiert sind, einfach unterdrückt hat! Hm! Vielleicht kommt dir ja deswegen dieser eine Wunsch da irgendwie! Hm! Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren? Moment mal! Soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen! Und ich hatte schon geglaubt, dass hier würde ein inspirierender Kindheitstraumgeschichte werden! Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und ein Schmachtfetzen daraus macht! Was? Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen! Moment mal! Du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job in Nähe! So lautet unser Auftrag! Verdammt doch mal, Iva! Nein! Oh Gott! Iva! Hm... Ist das irgendwie jetzt... Ja... Äh... Wo zum... Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Wo sind wir? Äh... Will... Oh! Will er das... Will sie das Treffen ruinieren? Kann das sein? Äh... Okay, meine Damen und Herren! An dieser Stelle werden wir den Part doch erstmal beenden! Ha! Spannender Moment ruiniert! Und wir werden uns im nächsten Part wiedersehen! Wenn wir herausfinden, was wir hier eigentlich tun müssen! Wir müssen Iva verfolgen! Das wissen wir ja! Und äh ja! Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr zu dem heutigen Part haltet! Und bis dahin! Ciao! Ciao! Tö? Tö?